Hier schön angeklickt bleiben. Bleib mal schön im Bearbeitungsmodus. Säule. Hier muss eine Säule hin. Eine 4 Meter Säule. Was nehmen wir denn? Beton, Holzpfosten, Indisch, Ostasiatisch. Was passt denn zu Glas? Oh ja, die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Aber sowas geht. Jetzt wird das Glasdach sozusagen geschützt. Und damit das hier oben dicht ist, jetzt machen wir noch irgendwas mit Vorbau. Da kann man doch bestimmt noch irgendwas wölben, oder? Warte mal, wie sieht denn das Ding aus? Komm mal hier hoch. Noch ein Stück. Dreh dich einmal. Nee, das ist nicht gut. Nee, 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 nee. So was hier? Ja, das könnte man nehmen, ne? Ich hoffe, du bist da hinten richtig. So, und jetzt brauchen wir aus der Ecke Naja, wenn du die ganzen Dinger noch nicht kennst. Was macht man da jetzt dran? Also ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass ich irgendwelche Glasflächen habe, die ich da einfach so dran packen kann. Aber anscheinend habe ich das nicht, ne? Oder wären die das hier? Doch, ich hab's. Einmal Y bitte. Hier und hier. Dann könnte ich mal eine Glasfläche gebrauchen. So, und haben wir noch irgendwas, um hier die Löcher zu schließen? Wir brauchen noch einen Halbbogen. Halbbogen. Seht ihr einen? Ich seh keinen. Wie kriegt man denn das Ding hier zu? Weißt du halt einer? Muss ich dafür, äh, hier sowas nehmen? Sowas hier, ne? Ah, alles klar. Man muss nur wissen, wo man's findet. So, und dann hätten wir nämlich ein wunderschönes Glashaus. Denn ihr wisst, wer im Glashaus und so weiter. Ja, gut. Ähm. Hier könnten die Leute vor und her laufen. Das heißt, wir können dann ja zum Beispiel auch, äh, Einrichtung. Wir haben schon wieder 23 Uhr. Na, ich bin ja froh, dass ich mir viel Zeit lasse. Andere werden jetzt wahrscheinlich schon längst fertig. Aber wir lassen uns ja viel Zeit. So, hier ist ein Fernseher. Natürlich mit Heatmap, damit man bloß nicht erkennt, wie rum er gedreht werden muss. Man kann ja auch drehen, wie man will. Ich weiß nicht, ob das gerade ist. Keine Ahnung. Also, definitiv nicht. So sieht's gerade aus. Müssen wir eben, was die Tiefe angeht, so. Drehen. Auf jeden Fall tiefer, weil so hoch sind die Leute ja nicht. So von der Ausrichtung her macht der aber schon einen guten Eindruck, ne? Irgendwas stört mich allerdings noch. Ich weiß noch nicht, was. Aber so ist gut an der Wand, ne? Irgendwas stört mich. So, die Frage ist, ähm, beenden. Dann nehmen wir noch einen auf Gestell. Rotaten den mal eben in die richtige Richtung. Und packen den hier hin. Hier wieder mal in die, ne? Der ist nämlich auch schief. Dann nehmen wir noch, äh, Info-Lautsprecher. Direkt da drunter am besten. Oder daneben. Aber hauptsache irgendwo hin. So, einmal hier und einmal. Ja, ja, aber ich treffe genau die Filter. Hier in die Ecke. Und dann nehmen wir noch einen Umgebungs-Lautsprecher. Den packen wir hier hin. Davon haben wir auch relativ wenig verwendet. Und dann machen wir hier hin nix, weil ja noch kein Tier da drin ist. Alles klar. Ähm, dann, äh, lasst uns doch mal eben gucken. Äh, in der Tiere. In der Quarantäne. Sind Tiere? Es wird aber keins angezeigt. Es ist ein Tier drin. Deswegen ist das auch voll. Hä? Hä? Bei den Japan-Makakken muss, glaube ich, mal ein Techniker hin. Auch wieder eine Frage. Warum eigentlich? Alle sechs Monate. Haben wir keine Techniker mehr? Also, hier unten scheint irgendwas, äh, nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Man weiß es nicht. So, hier haben wir Bildung. Information. Dann brauchen wir hier unten noch Sitzgelegenheiten. Davon haben wir natürlich jetzt auch deutlich mehr erforscht. Das ist sehr schön. Ähm, füttern brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Aber... Bitte Ruhe. Und dann machen wir das doch einfach so. Dann gilt das für den Bereich. Und, äh, hier machen wir eine ostasiatische Sitzeckengedöns hin. So. Ein Klassiker. Damit auch bloß genug Sitzbänke da sind. Sehr schön. Okay, das kann so bleiben. Auf dem Weg dahin ist wenig los. Kann man hier noch so ein Buschmülleimer hinsetzen. Nur damit man es mal gesehen hat. Lautsprecher bauen aber ein Schild hin mit... Bitte Ruhe. Ja, nee, ist klar. Na ja... So muss das sein. Ich kann ja auch so eine Orientbank hier hinbauen. Auch nicht schlecht, ne? Also wenn du das erforscht hast, dann hast du natürlich viel, 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 viel mehr Auswahl. Auch hier die Fahrgeschäfte, ne? Die würden mich ja auch persönlich alle mal so ein bisschen interessieren. Aber ich befürchte nicht in diesem Let's Play hier. So, jetzt zeigen wir doch mal die Heatmap-Sicherheit an. Und jetzt kommen wir nicht mit Überwachungsstaat. Betriebsmittel... Gäste-Einrichtungen... Ja, da wollte ich natürlich auch noch was bauen. Warte mal, die Heatmap weg. Ähm... Ja, sieht doch erstmal... Also das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, dass es so krumm ist, ne? Kann man das nicht noch irgendwie machen? Wie diese Knöpfe alle übereinander liegen, ne? Das ist... Die reinste Wonne ist das. Könnte das gerade sein? Ich kann das nicht erkennen, ehrlich. Wenn ich hier... становieren... Ja, da! Ich kann das nicht Albertsch prescription. Ich kann das nicht hören. Dann kommt das Ganze hin, Mats. Ich kannes Adee sein darüber machen. Alles nicht schön hier, du. Sieht immer noch kacke aus, aber dafür ohne Niveau. So. Irgendwas ist passiert? Ach, das Spiel kam nicht hinterher. Alles klar. Zum Tiermarkt. Gib mir mal B wie blau. Als ich dir den Auftrag gab, einen Zoo zu bauen, habe ich dir einige sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Das stimmt. Aber du hast sie alle erfüllen können. Es ist wohl höchste Zeit, dass wir das in Ausbildung aus deiner Jobbezeichnung streichen. Ach, nö. Na, nein. Ehrlich gesagt bin ich besonders froh, dass du das Gewinnziel erreicht hast, weil ich viel zu viel für das Grundstück bezahlt habe. Mit dem, was mich hier ein Quadratmeter gekostet hat, könnte man eine Penthouse-Wohnung mit Toiletten-Schüsseln aus purem Gold kaufen. Ja. Aber das war es wert, alles, damit das Land nicht an diesen schrecklichen Hedgefonds geht. Anscheinend wollten sie es aufteilen und an verschiedene Bergbau- und Energievereinigungen verschachern. Diese Art Menschen würde aus der Mona Lisa noch das Öl rausquetschen, wenn sie es gönnten. Ja, das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe ja hier irgendwo ein V reingetan. Das sind alles so Dinge, wo man sich dann drum kümmert und dann wird immer unterbrochen. Das ist, also, ich weiß nicht. Äh, blauer Form. So. Alles klar. Der wird jetzt verlegt. Hier brauchen wir noch nichts machen. Alles klar. Bildung. Da muss man sich noch jemand bilden. Und wenn hier jetzt, äh, der V drin ist, dann, äh, können wir hier auch... Am wenigsten schmeißen die den Müll nicht auf den Boden, ne? Das ist noch kein... Doch, blauer V. Da, jetzt komm, gib her. Ähm... Grillen, Wüste bei Nachtdschungel... Regenwald, Planschen im Sumpf... Nö, dann über... Grillen. Ja, da, 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 da... Tschüss, tschüss.